Hallo, ich bin René Hüchter, ich bin Malermeister bei der Firma SAX. Ich habe den Beruf Maler und Lackierer gelernt, damit der Umgang mit den Arbeitskollegen und mit den Kunden und den Baustellen sehr viel Spaß macht. Vor allem auch mit den verschiedenen Materialien. Ich würde mich freuen, dich auf der Ausbildungsmesse zu treffen. Check my Job!